Die katholischen Bischöfe haben Leitsätze für eine christliche Flüchtlingshilfe in Deutschland verabschiedet. Kardinal Reinhard Marx stellte sie bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz in Kloster Schöntal im Norden Baden-Württembergs vor. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar, heißt es in den Leitsätzen. Und die Bischöfe rufen zur Solidarität mit denen auf, die Schutz bei uns suchen. Also der geistliche Ausgangspunkt, dass ich mich betreffen lasse von der Not, dass ich unruhig werde, wenn ich sehe, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mich lässt das nicht ruhen. Und dass in der Öffentlichkeit dann Themen diskutiert werden, die völlig abwegig sind. Und solange Menschen an unseren Grenzen so etwas erleben, aus welchen Gründen auch immer, müssen wir doch sagen, das kann doch nicht so bleiben. Oder wenn Menschen über Monate, Kinder über Monate hier sind, ohne dass sie Unterricht bekommen, ohne dass sie spielen können. Das sind einfach alles kleine, kleine, kleine Dinge. Und da können viele etwas tun und das tun viele. Fast zeitgleich zum EU-Gipfel in Brüssel beschäftigten sich die Bischöfe bei ihrer Vollversammlung ausführlich mit der Flüchtlingsfrage. Hochrangige Referenten diskutierten dabei mit den Oberhirten, darunter der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Wir müssen gemeinsam die Kirchen und der Staat, die Politik jetzt eine große Kraftanstrengung unternehmen, um die Gesellschaft weiter zusammenzuhalten. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, auch in der Bevölkerung, zu diesen Flüchtlingsthemen. Und es ist wichtig, dass es keine Spaltung in der Gesellschaft gibt. Das ist eine Herausforderung. Und wir müssen uns in der Hand von allen radikalen Elementen natürlich klar abgrenzen. Damit die Integration der Flüchtlinge gelingt, nimmt auch die Kirche viel Geld in die Hand. Rund 70 Millionen Euro hat sie im vergangenen Jahr für die Flüchtlingshilfe in Deutschland ausgegeben. Dazu kamen 40 Millionen Euro für Flüchtlingsprojekte in den Krisenregionen im Ausland. Ein besonderer Schatz ist laut Kardinal Marx das Engagement der Menschen. In der katholischen Flüchtlingshilfe sind mehr als 100.000 ehrenamtliche Helfer aktiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017